Sabine, halt an! Sabine, hör doch! Halt an! Sabine, mach doch keinen Unsinn! Bleib stehen! Ich muss mit dir sprechen. Warum läufst du denn von mir davon? Es ist doch alles entschieden. Nein, es ist nichts entschieden. Was du sagst, ist nicht wahr. Warum bist du nur so schrecklich unerwachsen? Kann man denn mit dir nicht vernünftig reden? Mama hat mir gesagt, sie tut es nicht. Sie tut es nicht! Wann hat sie dir das gesagt? Wann, wann? Spielt es eine Rolle? Wann? Sie heiratet dich nicht! Sabine, was passiert ist, ist doch nicht rückgängig zu machen. Niemand kann es rückgängig machen. Ich nicht, du nicht und deine Mutter schon gar nicht. Sie verlässt Papa nicht. Du verlierst doch nichts. Deine Mutter bleibt deine Mutter. Dein Vater bleibt dein Vater. Es wird alles in Ruhe geregelt. Verstehst du denn das nicht? Lass mich los! Du verlierst doch nichts! Lass mich los! Lass mich los! Hallo? Alvin? Eva? Keiner da? Ja? Mama? Papa? Es ist niemand zu Hause. Komm rein. Komm ins Zimmer, Sabine. Wir wollen uns mal unterhalten. Lass mich in Ruhe! Sei vernünftig. Du bist doch schon eine junge Dame. Lass mich los! Du tust mir weh. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir reden will. Komm, setz dich. Du wirst sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, sich mit Onkel Paul zu unterhalten. Sieh mal, du gehst zwar noch zur Schule, aber du weißt doch, dass es Dinge gibt, die man nicht in der Schule lernt, die einen erstes Leben lehrt. Auch dir wird das passieren. Ich liebe deine Mutter. Und deine Mutter liebt mich. Nein, das tut sie nicht. Doch. Du weißt doch, dass deine Mutter vor drei Wochen nach Hamburg gefahren ist. Das weißt du doch. Ja, und? Ja, aber was du nicht weißt, ist, dass wir zusammen in Hamburg waren. Zusammen? Ja. Wir haben in einem Hotel übernachtet. Zusammen. Begreifst du? Du liegst! Du liegst! Nein, das tue ich nicht. Begreif doch, Sabine. Die Ehe deiner Mutter ist nicht so gut, wie du glaubst. Sie war es nie. Warum willst du deiner Mutter nicht erlauben, ihr Leben zu ändern? Ihr Kinder braucht sie nicht mehr. Deine Schwester nicht, die schon gar nicht. Und du auch nicht. Du bist kein Kind mehr. Sie hat mir gesagt, sie heiratet dich nicht. Niemals! Das stimmt nicht. Sie war nicht in Hamburg mit dir. Sie hat nicht mit dir geschlafen! Doch. Das hat sie. Das hat sie. Das hat sie. Was soll denn's? Bist du verrückt geworden? Leg das Gewehr weg. Ich sag dir, leg das Gewehr weg. Nein, du fährst zurück auf der Stelle. Ich will, dass du zurückfährst oder ich drücke ab. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Ich sag dir, dass du rauskommst. Ich sag dir, dass du rauskommst. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Herr. Ein Bier bitte. Ein Bier? Die Polizei fährt gerade los. Da soll ein Anruf gekommen sein, im Jagdhaus sei jemand erschossen worden. Ja, schaut nachher. Das ist ein Mordfall. Schickt doch gleich die Leute von der Kripo her. Ja. Sabine! Wo kommst du denn her? Aus München, Papa. Was ist denn hier los? Auf Gottes willen, Kindes. Es ist was Furchtbares passiert. Paul ist erschossen worden. Was? Ja, liegt im Wohnzimmer. Die rufen gerade die Kriminalpolizei. Wo ist Mama? Ist oben. Aber was willst du denn hier? Kommt mit dem Mofa, warum? Wo ist doch Schule? Okay, Paul ist tot? Ja. Wer hat es getan? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Aber Papa, dann muss doch jemand hier gewesen sein. Wann seid ihr denn gekommen? Das ist schon längst passiert. Ich war im Wald wegen der Holzabfuhr. Mama hat sich das neue Schwimmbad angesehen und Helga war im Dorf einkaufen. Es war niemand hier? Nein, war noch niemand. Und die Schröders und Irmgard? Die sind heute morgen ganz früh nachmittig gefangen. Die kommen jetzt nachmittags. Sabine! Ja, stell dir vor, Sabine ist plötzlich gekommen. Ich gehe auf den Hof und sie steht plötzlich da. Wieso? Woher denn? Aus München mit dem Mofa. Was machst du denn hier? Hast du ihr gesagt, was passiert ist? Ich habe es gehört, Mama. Ich habe alles wirklich tun. Ja. Es tut. Die Krippe ist schon unterwegs. Sie sollen sich zur Verfügung halten. Am besten, Sie gehen hinauf und warten in einem der Zimmer. Nein, ist gut. Papa, kann ich da hinein? In dieses Zimmer darf niemand. Ich schaue nur in die Ecke. Bitte gehen Sie jetzt hinaus. Verlier ich jetzt nicht die Nerven, Alvin. Red keinen Unsinn! Komm, mein Kind. Wo ist sie denn getroffen worden? Ich habe die Kuh in die Brust bekommen. Ich habe ihn doch nicht erschossen. Was redest du da? Komm, komm, du musst dich ein bisschen hinlegen. Sie ist ganz heiß. Ich habe es noch nicht getan, Mama. Ich war heute schon einmal hier, Papa. Was redest du da? Ich habe es noch nicht getan, Mama. Sabine! Was machst du denn hier? Was sagst du? Ich gehe raus und da steht sie im Hof. Was hast du gesagt? Du bist schon einmal hier gewacht. Ach, das ist Unsinn. Sie redet konfuses Zeug. Lass sie erzählen. Was meinst du, du warst schon mal hier? Wann, wo hier? Hier im Haus? Er hat mich doch angerufen heute Morgen. Wer? Wer hat dich angerufen? Dr. Paul. Hat dich angerufen? Ich wollte gerade in die Schule gehen. Was wollte er? Er sagte, dass er heute Mittag zu euch fährt. Und wollte mich mitnehmen. Warum denn? Er sagte, er müsse mit Papa reden und mit dir, Mama. Und er meinte, es sollten alle dabei sein. Hm. Sieht ihm ähnlich. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht kommen soll. Ich habe ihm gesagt, dass es keinen Sinn hat. Ich bin nicht mitgefahren, Mama. Aber ich hielt es in der Schule einfach nicht aus. In der Elfobpause bin ich nach Hause gegangen und habe mein Mofa geholt. Das hättest du nicht tun sollen. Aber sie hat es getan. Hat sie weiter. Weiter, Sabine. Unterwegs hat er mich eingeholt und hielt an. Er wollte, dass ich einsteige, aber ich weigerte mich. Jetzt ist er weitergefahren. Wo? Wo hat er dich getroffen? Es war kurz vor dem Dorf. Kurz vor dem Dorf? Also nicht weit weg, nur drei Kilometer. Wie lange braucht man damit Mofa? Was spielt das für eine Rolle? Alter, Sabine, weiter. Als ich hier ankam... Du warst wirklich hier? Aber du hörst es ja. Sie sagt es ja. Sabine, Sabine, was passiert hier? Was ist denn? Wenn jemand vor der Tür steht. Das muss ja keiner hören. Leise, leise. Er war schon hier, als ich kam. Er kam aus dem Wohnzimmer und sagte, es ist niemand da. Es war wirklich niemand da. Ich habe laut gerufen. Ich habe dir doch gesagt, dass wir alle unterwegs waren. Ich war im Wald wegen der Holzabfuhr. Mama war mit dem Schwimmbad und Helga war einkaufen im Dorf. Was ist geschehen, Sabine? Er wollte wieder mit mir reden. Er sagte... Was sagte er? Dass er mit dir in Hamburg gewesen ist und dass er zusammen im Hotel übernachtet hat. Verdammte Kerl! Ich sagte, das sei nicht wahr. Ich bin rausgelaufen, Mama, in die Diele. Ich war so entsetzt, Mama. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich habe den Schrank aufgeschlossen und ein Gewehr genommen. Kind! Du hast das Gewehr genommen? Almin. Weiter. Sabine, weiter. Ich bin reingegangen zu ihm und habe das Gewehr auf ihn gerichtet. Was hast du getan? Auf seine Brust gehalten. Weiter, weiter, weiter. Und abgedrückt. Du hast abgedrückt? Aber die Gewehre sind doch nie geladen. Die sind doch nie geladen im Schrank! Sabine! Das war nicht geladen, Papa. Er hat mir das Gewehr weggenommen, hat mich geschlagen und mich rausgeworfen und das Gewehr hinterher. Und, Sabine, und? Und dann habe ich eine Patrone genommen und das Gewehr geladen. Aber ich habe ihn nicht erschossen, Papa. Ich habe ihn nicht erschossen. Ich habe das Gewehr an die Wand gelehnt. Glaubst du mir das, Papa? Mama, ihr glaubt mir doch! Helga! Mama, aber Mama, wenn ich es nicht war, wer war es dann? Irgendjemand muss es noch getan haben. Wer hat ihn denn erschossen? Musst du jetzt was trinken? Ja. Jetzt muss ich was trinken. Ich glaube, wir können alle etwas vertragen. Nur Sabine sollte sich ein bisschen ausruhen. Ich hole ihr was. Komm, mein Liebling. Leg dich ein bisschen hin. Ja. Sie muss ganz ruhig sein. Wenn die Kriminalpolizei kommt. Was gibst du hier? Ein Beruhigungsmittel. Eine vertragte Situation. Findest du nicht? Das können wir wohl sagen. Ja. Wir müssen zusehen, dass Sabine aus dem Spiel bleibt. Natürlich. Sonst ist sie dran. Die Polizei würde glauben, sie hätte den Täter schon. Und das wollen wir der Kleinen noch nicht antun, oder? Ach nein. Natürlich nicht. Das meine Kind hat wirklich genug mitzumachen. Statt dass ihr euch um sie kümmert, überlasst ihr sie ganz sich selbst. Jetzt wird sie auch noch in diese dreckige Sache mitverwickelt. Ruh' dich aus, mein Siblinger. Versuch' ein bisschen zu schlafen. Aber bevor sie einschläft, sollten wir noch etwas mit ihr besprechen. Wenn die Kriminalpolizei kommt, sie wird auch mit dir sprechen wollen, Sabine. Du bist erst später gekommen. Du bist erst gekommen, als die Landpolizei schon hier war. Verstehst du, Sabine? Ich soll nichts sagen. Auf keinen Fall. Du wolltest zu uns. Wir sind für ein paar Tage im Jagdhaus. Du wolltest nicht allein zu Hause bleiben. Ja, aber wenn sie nachfragen. Wo nachfragen? Wo sollen sie nachfragen? In der Schule. Sie ist in der Pause einfach weg. Das müssen wir eben riskieren. Warum soll sie nicht mal die Schule schwänzen? Auf jeden Fall sagst du nicht, warum du hergekommen bist. Hast du verstanden, Sabine? Gib mir jetzt auf, was zu trinken. Ja, mir bitte auch. Sie werden uns alle fragen, wo wir waren. Wo warst du, Papa? Ich war im Wald, bei der Holzerfuhr. Hast du einen Zeugen? Ja, zwei Waldarbeiter. Wann? So gegen zwölf. Dann machten sie Mittag. Onkel Paul wurde ungefähr um halb eins erschossen. Für diese Zeit? Habe ich keinen Zeugen. Du hast ja das neue Schwimmbad angesehen, Mama. Ja. Hast du einen Zeugen? Nein. Es wurde gar nicht gearbeitet. Es war kein Mensch dort. Ich durfte gar nicht hinein. Ja, wo bist du denn dann gewesen, Mama? Ich bin... Ich habe die Gelegenheit dazu benutzt und... Und hast du einen Spaziergang gemacht? Ja. Könntest du um halb eins hier gewesen sein? Ja. Reden wir von mir. Ich war im Dorf. Bis zwölf. Bis zwölf? Nicht länger? Nein, nicht länger. Ich bin nicht gleich nach Hause gegangen. Ich... Ich habe noch einen Umweg gemacht, weil... Ich wollte mir über einiges klar werden. Du hast also auch keinen Zeugen. Nein. Und kurz vor eins war ich hier. Und sagte ich, du kamst aus dem Wald. Wir gingen zusammen ins Haus und fangen mit der Dehle auf dem Boden ein Gewehr. Du sagtest, wie kommt denn das Gewehr hierher? Ja, und in diesem Augenblick kam Mama. Ja, sie kam herein und sah uns mit dem Gewehr stehen und fragte, ist was passiert. Dann erst gingen wir ins Wohnzimmer und haben ihn gefunden. Das sieht schlecht aus. Wie meinst du? Keiner von uns, der beweisen könnte, dass er es nicht war. Aber es... Es muss doch ein Motiv geben. Nehmen wir Papa. Seit drei Wochen weiß er, dass du ihn mit seinem Bruder betrogen hast. Aber er weiß auch, was er davon zu halten hat. Dein Vater ist nicht so leicht, aus der Fassung zu bringen. Er weiß, dass es eine Dummheit war, eine Unüberlegtheit. Es ist ohne Bedeutung gewesen und das weiß er. Bist du so sicher, dass es ihm nichts ausgemacht hat? Meinst du, ein Mann lässt sich im Leben gern alles wegnehmen? Erst die Firma und dann die Frau? Und mein Motiv? Du sagst, du hast eine Dummheit gemacht. Die Sache in Hamburg war zufällig. Sie war dir nicht wichtig. Sie war ohne Bedeutung für dich. Das war sie doch. Aber Paul nahm sie wichtig. Was tat er? Gleich am nächsten Tag, noch von Hamburg aus, rief er Papa an und sagte... Ich weiß, was er sagte. Ich war im Bad, als er telefonierte. Onkel Paul sagte, hör zu, Alvin, ich ruf dich von Hamburg aus an, ich bin hier mit Eva und habe heute Nacht mit ihr geschlafen. Ja, du hast dir nicht vorgestellt, welche Konsequenzen Paul ziehen wollte. Du warst zutiefst erschrocken, dass er darauf bestand, dass du dich scheiden lässt. Dass die Sache nicht blieb, was sie war. Ein kleiner Seitensprung, weiter nichts. Was soll's zur Abwechslung mal mit dem eigenen Schwager? Ich habe ihm nicht erlaubt, euch anzurufen. Wie kam er dazu? Er hatte kein Recht dazu. Ich habe ihm gesagt, lass meine Familie aus dem Spiel. Ja. Aber dann hat der gute Paul etwas gemacht, was dich wirklich in Wut brachte. Er hat gesagt, dass er mit Sabine sprechen wollte. War's nicht so, Mama? Ja. Und? Und du weißt, dass Onkel Paul ein Mann ist, der tut, was er sagt. Da ist dir plötzlich klar geworden, was du mit einem Seitensprung angerichtet hattest. Da habe ich plötzlich doch das Gewissen gepackt. Stimmt's? Ja. Und es stimmt. Dass er Sabine in die Sache mit hineinziehen wollte, das hast du ihm nicht verziehen. Du wusstest genau, dass wenn Sabine von euch beiden erfährt, dass sie darüber nicht hinweg kämen. Der Riss wäre dann nicht mehr zu heilen. Die Einzige, auf die kein Verdacht fällt, bist offenbar du. Die ganze Firma weiß doch, wie sehr du deinen Onkel hast. Vielleicht, Vater, hänge ich auch an unserer Familie. Genau wie Sabine. Und halte den Gedanken für unvorstellbar, dass dieser Mann, ausgerechnet dieser Mann, sie völlig kaputt macht. Kein Geständnis jetzt. Bitte kein Geständnis. Das wäre nicht gut für die anderen beiden. Es würde ihm nur schwerer fallen, sich richtig zu verhalten. Und wenn die Polizei uns fragt... Dann sagen wir, sagt jeder von uns, ich war es nicht, ich weiß nichts und ich war es nicht. Du, Papa, warst bei der Holzabfuhr, bist dann zum Schwimmbad gegangen, um dich mit Mama zu treffen. Ich bin auch dorthin gekommen. Wir sind zusammen. Alle zusammen sind wir nach Hause gegangen. Zusammen haben wir in der Diebe das Gewege gefunden und im Wohnzimmer den Toten. Und kein Wort darüber, was Paul ja wollte. Hübscher. Viel zu hübsch für einen Mord. Was ist das? Ihr hört an der Familie, es klingt. Das ist das Jagdhaus. Ich gehe mal runter. War so schön in Hamburg. Halt den Mund! Mama! Sabine! Was sind das für Leute da draußen? Ach, das ist... Das ist die Polizei. Ich weiß nicht, Mama. Ich weiß ganz bestimmt nicht. Natürlich nicht. Natürlich war es das nicht, Liebling. Komm, leg dich. Das ist Herr Schenk, Kommissar Keller. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kommissar. Keller ist mein Name. Dankeschön. Der Toter war Ihr Bruder. Ja, mein Bruder Paul. Haben wir irgendwo einen Raum hier, wo wir... Ja, aber selbstverständlich hier gleich, bitte. Lass sie. Sehr hübsch. Oh, schöne Sachen haben Sie hier. Ja. Sie wohnen aber nicht immer in diesem Haus. Nein. Es ist ein Sommerhaus. Ein Ferienhaus für unsere Familie. Sind Sie Jäger? Ja, ich habe die Jagd hier gepachtet. Und sonst wohnt Sie in der Stadt? Ja. Sind also nur für ein paar Tage hier? Für ein paar Tage. Mit Ihrer Frau? Mit meiner Frau und mit meiner Tochter Helga. Wieso haben Sie nicht zwei Töchter? Ja, meine Tochter Sabine, die ist erst gekommen, als die Polizei längst hier war, mit ihrem Mofa. Aus der Stadt? Ja, sie war allein, sie langweilte sich und hat sich eben auf ihrem Mofa gesetzt und kam genau hinein in diesen ganzen Trubel, in diese Aufregung. Aber ich dachte, sie interessiert sich nur für Leute, die im Moment hier im Haus wohnen. Ja, endlich ja. Sie wohnen also im Moment hier in diesem Haus mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter. Wie sagten Sie, heißt Sie? Helga. Und Angestellte? Ja, ein Ehepaar, Herrn Frau Schröder und eine Bedienerin, aber die sind heute in die Stadt gefahren. Und dann wohnt noch ein Herr Barrik hier. Wer ist das? Das ist ein Angestellter in unserer Firma, als Buchhalter. Sehen Sie, wir sind sehr selten hier in diesem Haus und daher benutzen wir es Sie sagten unserer Firma. Ja, die Firma gehört meinem Bruder und mir zu gleichen Teilen, so wie dieses Haus. Und dieser Herr Barrik, den hat mein Bruder vor acht Tagen hierher geschickt, der Mann sollte hier Urlaub machen. Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Der macht lange Wanderungen, der ist vor neun schon aus dem Haus und kommt meistens erst abends zurück. Herr Schäpp, Sie haben den Toten gefunden. Ja, das heißt nicht ich allein. Ich war mit meiner Frau und mit meiner Tochter zum Schwimmenbad. Die Gemeinde baut hier im Wald ein Freibad und da wir uns an der Finanzierung beteiligen, sagte ich heute Morgen, das müssen wir uns wenigstens mal ansehen. Ja. Sie haben sich also dieses Freibad angeschaut und sind dann gemeinsam in dieses Haus gekommen? Ja, ganz richtig. Wir sind hier angekommen, da sahen wir den Wagen meines Bruders vor der Tür und da wunderten wir uns noch. Warum wunderten Sie sich? Mein Bruder kommt sehr selten hier in dieses Jahrtsschluss. Aha, warum? Ja, unter der Woche hat er kaum Zeit. Die Firma nimmt den völligen Anspruch. Ach, Sie nicht? Nein, mich nicht. Wir sind zwar Partner, aber der Kaufmann in unserer Familie ist mein Bruder. Ist Ihr Bruder verheiratet? Nein. Der Gedanke ist kaum vorstellbar. Ein reiner Kaufmann, Herr Kommissar. Das große Abenteuer seines Lebens ist die Firma. Es wird von ihm gefordert, was er besitzt. Mut, Tatkraft, Willenskraft. Eine große Befähigung, sich durchzusetzen, seine Ziele zu erreichen. Was nicht Ihre Sache ist. Was nicht meine Sache. Ist ganz recht. Und bezieht sich das Ganze auch auf die Privatsphäre? Ich meine, gibt Ihr Bruder auch in der Familie den Ton an. Oh Gott. Er versucht es zumindest. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Graback. Sie kamen also von dem Haus an. Ja, wir gingen hinein und in der Diele fanden wir das Gewehr. Es war eins meiner Jagdgewehre. Und ich sagte noch, wieso liegt denn dieses Gewehr da und hob es auf. Warum habt Ihr es aufgehoben? Ich hatte den Toten doch noch nicht gesehen. Ich hob es jedenfalls auf und stellte es in den Schrank zurück. Ja, das mag vielleicht ein Fehler gewesen sein. Ich hätte das Gewehr besser liegen lassen sollen. Ja. Ein Gewehr roch nach Pulver. Die Spurensicherung nimmt es mir zur Untersuchung. In Ordnung. Sie gingen dann sofort ins Wohnzimmer. Nein, ich rief erst nach meinem Bruder und als sich niemand meldete, dann gingen wir in das Wohnzimmer zusammen und fanden ihn auf dem Boden und dann rief ich die Polizei an. Da könnte ich jetzt meine Frau und meine Tochter herunterholen. Bei einer polizeilichen Befragung sollten Sie doch wohl dabei sein. Oder? Ja, natürlich. Holen Sie sich. Darf man hier auch mal schicken. Aber selbst. Oh, danke. Guten Tag. Wo wollen Sie denn hin? In Barek, mein Name. Ich wohne hier. So. Bitte. Danke. 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 Herr Schenk. Was ist denn hier los? Herr Balke, es ist was Insexliches passiert. Mein Bruder ist erschossen worden. Herr Schenk? Ja, er liegt im Grundsimmer am Boden. Die Polizeiskarte war untersucht alles. Herr Paul Schenk? Ach, Gott, sie wird erst ermordet worden. Ja, wer hat denn ermordet? Was heißt ich? Ich habe ihn nur gefunden. Das heißt, wir. Wir haben ihn gefunden. Ich, meine Frau und meine Tochter, sie gehen jetzt am besten nach oben. Ja. Ach, warten Sie mal. Gehen wir doch besser in die Küche, ja? Ich sage der Polizei, dass sie da sind. Die wird sie wahrscheinlich auch sprechen. Ja, ist gut, Herr. Der Kompisar, die wir sprechen. Jetzt? Wie ist der Mann? Hm, weiß nicht. Ganz nett, oder? Was hast du gesagt? Was wir besprochen haben. Papa, wir müssen in die Details übereinstimmen. Nach Details bin ich noch nicht gefragt worden. Gehen wir. Ja. Sag mal, habe ich nicht eben Herrn Barik kommen sehen? Ja, der ist gerade gekommen. Barik? Den habe ich in der Aufregung ganz vergessen. Der ist wohl aus allen Wolken befallen. Ja, ziemlich. Papa? Was sagt er? Wie, was sagt er? Wo war er? Sicher, im Wald, stumm da herummarschiert, wie immer. Papa, frag ihn, ob ihn unterwegs jemand gesehen hat. Warum? Vielleicht hat er keinen Zeugen. Was ich verstehe. Was heißt im Sinn, Helga? Wo ist der? In der Küche. Geh hin, frag ihn, ob ihn jemand gesehen hat. So, gegen halb eins. Schaden kannst du nicht. Helga, Helga. Ach, Herr Barik. Haben Sie schon zum Winter gegessen? Nein. Waren Sie sich doch, das ist ja alles hier. Wo sind Sie denn gewesen? Im Wald, bis zum Buchhof. Ach, Sie, ist der Walden nicht, ja? Ja, sehr. Dann haben Sie ein paar Eier und Schinken, ja? Ja, genau. Ach, haben Sie unterwegs jemanden gesehen? Ich? Na, niemanden. Kein Mensch? Nein. Machen Sie überhaupt einen Kaffee, Herr Barik. danke, Herr Schenk. Das erste, was uns auffiel, war das Gewehr auf dem Boden. Ich sagte, warum liegt denn das Gewehr da? Mein Vater hat es aufgehoben und in den Schrank gesteckt. Ja, fiel Ihnen nicht auf, dass der Schlüssel steckte? Ja, das fiel uns auf. Der Gewehrschrank ist doch gewöhnlich abgeschlossen. Gewöhnlich, ja. Und wo befindet sich der Schlüssel? Meistens liegt er auf dem Schrank. An einer bestimmten Stelle? Ja, an einer bestimmten Stelle. Wer kennt denn diese Stelle? Ich weiß nicht, was Sie mit dieser Frage bezwecken wollen. Wenn jemand einen Schlüssel für einen verschlossenen Schrank sucht, dann sucht er ihn doch zunächst mal auf dem Schrank. Ja, das ist richtig. Wir bringen den Toten jetzt weg. Ja, gut. Was hat Barik gesagt? Hat niemand gesehen. Hast du kein Zeug? Herr Schenk, hatten Sie Ihren Bruder heute erwartet? Nein, nicht. Der kam also völlig unerwartet? Ja, völlig unerwartet. Für Sie auch? Ja, für uns auch. Welchen Grund könnte er geachtet haben, heute herzukommen? Vielleicht einen geschäftlichen. Manchmal musste ich Unterschriften geben. Gehen Sie gar nicht in die Firma? Das gehören Ihnen auf 50 Prozent? Ist ja selten. Ich sagte Ihnen doch, dass ich kein Kaufmann bin. Mein Bruder warst ganz recht, wenn ich mich nicht um den Laden kümmerte. Ne? Hm? Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder? Geschäftlich gut, privat, beutragen. Hatten Sie nie Streit? Streit, nein, ich erinnere mich an. Und Sie Frau Schenk? Streit? Nein. Frau Schenk? Ich arbeite in der Firma, bei meinem Onkel. Und wie war Ihre Beziehung zu ihm? Er war ein sehr schwieriger Chef. Er nahm keinerlei Rücksicht darauf, dass ich seine Nichte war. Wann sind Sie heute Morgen aus dem Haus gegangen? Ich? Vor den anderen? Der Erste war wohl Barek. Barek? Ah ja, das ist der, der hier Ferien macht. Ja, der. Er geht immer so ungefähr um neun Uhr aus dem Haus. Ich ging etwa eine halbe Stunde später. Ist der Barek übrigens jetzt da? Ja, der ist gerade gekommen. Er ist in der Küche. Ich sagte ihm, er soll sich zur Verfügung halten. Walter. Und Sie, Herr Schenk, wann sind Sie aus dem Haus gegangen? Ich? Ich bin um halb elf aus dem Haus gegangen. In unserem Wald wurde Holz geschlagen, das musste ich vermessen. Waren Sie dabei allein? Nein, es waren zwei Waldarbeit damit. Wie lange? Gegen zwölf, dann machten Sie Mittag. Ich bin dann ins Freibad gegangen, wo ich mit meiner Frau und meiner Tochter verabredet war. Ja, ja, die Sie ja dann auch getroffen haben und dann sind Sie gemeinsam hierher zurückgekehrt. Ja. Entschuldigen Sie, ich habe mir was zu essen gemacht, weil, äh, Herr Schenk sagte, ich hatte noch nicht gegessen und Herr Schenk sagte, machen Sie sich selber irgendwas. Die Frau Schröder, die das sonst macht, ist ja heute in München. Alles gut, Herr Barek. Sie machen Urlaub hier? Ja, Herr Schenk, Herr Paul Schenk hat mich hierher geschickt. Er sagte, spannen Sie mal ein paar Tage aus. Er schickt manchmal Leute aus dem Betrieb hier ins Jagdhaus. Kommen Sie, Herr Barek. Der Kommissar möchte Sie sprechen. Ja, gern. Bitte. Sie bleiben also bei dieser Aussage. Sie haben die Zeit zwischen zwölf und eins gemeinsam verbracht. Sie sind zusammen in dieses Haus zurückgekehrt und haben auch gemeinsam den Toten gefunden. Ja. Frau Schenk? Ja. Ja. Wollen Sie jetzt Herrn Barek sprechen, Chef? Ja, recht gern, aber im Wohnungszimmer, ja? Vielleicht kann der Barek etwas sagen. Wäre doch interessant zu wissen, ob er einen Alibi hat. Ja. Sind Sie darauf, wäre ich gar nicht gekommen. Aber Helga. Hast du nicht gesagt, er hat keinen Zeugen? Wenn er keinen Zeugen hat? Überrasch dich, deine Tochter. Aber Helga, wir können dem Kommissar doch den Barek nicht einreden. Was glaubst du, was der Kommissar denkt? Was er denkt ist, es kann nur einer von uns gewesen sein. Ich sehe, sie überrascht dich nicht nur, sie erschreckt dich auch. Sie sind Buchhalter, Herr Barek? Ja, Herr Kommissar. Bei den Schenks? Ja, Herr Kommissar. Wie lange sind Sie in der Firma? Seit zehn Jahren, Herr Kommissar. Sind Sie verheiratet? Ja, Herr Kommissar, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Hat Herr Paul Schenk Sie hierher geschickt? Ja, er sagte, spannen Sie mal aus. Ich bin im Büro, neulich am Schreibtisch, mal zusammengebrochen, eine Kreislaufsache und da sagte er, was Sie brauchen, ist frische Luft und ein paar Tage Ruhe. Deswegen bin ich hier. Sie gehen spazieren, viel? Ja, jeden Tag. Meistens gehe ich schon ganz früh los, bei jedem Wetter. Ich laufe stundenlang. Im Wald? Ja. Wo waren Sie heute? Im Wald, fast bis zum Buchhof. Wann haben Sie heute morgen das Haus verlassen? Um neun. Haben Sie irgendwelche Leute gesehen? Nein, keine Menschenseele. Selbst wenn er keinen Zeugen hat. Bei uns hat jeder einen Zeugen, er nicht. Das ist eine Tatsache, die der Kommissar zur Kenntnis nehmen muss. Er würde sich nicht zutrauen. Warum widersprichst du ihr, ununterbrochen? Was Herr gesagt ist richtig. Der Kommissar muss zur Kenntnis nehmen, dass wir ein Alibi haben. Meinst du, der hat uns geglaubt? Ob er uns glaubt oder nicht. Das Gegenteil, muss er uns erst beweisen. Danke, Herr Barik. Sie können gehen jetzt. Ich danke auch, Herr Kommissar. Na? Was meint ihr? Das eins scheint mir ziemlich sicher. Als Täter kommen nur die Leute im Fragli hier im Haus wohnen. Ganz eindeutig. Die Familie, das ist eine reine Familiensache. Was spricht dafür? Der Mann wird mit einem Gewehr getötet, das sich in einem Schrank in der Dele befindet. Der Täter wusste, wo der Schlüssel lag. Er wusste auch, wo sich die Patronen befanden. Es kann nicht irgendjemand von außen hereingekommen sein. Es liegt kein Einbruch vor. Es fehlt auch nichts. Wie ist deine Meinung, Erwin? Ich glaube auch, dass das Motiv, das muss ein Persönliches sein. Aber die Leute haben ein Alibi. Ich glaube, dass die lügen. Natürlich tun sie das. Also, was machen wir jetzt am besten? Eine von uns müsste sofort nach München zurückfahren, ehe die in der Firma Schenk Büroschluss haben. Der Mann hat ja eine Sekretärin, hat ein paar Mitarbeiter, denen er gesagt hat, wohin er fährt und denen er vielleicht auch gesagt hat, warum. Gut, Robert, dann fährst du am besten gleich. Ja, ich erreiche sie hier. Ja, natürlich. Das Haus ist ziemlich lange im Familienbesitz. Ist das relativ wahrscheinlich, dass man die Leute im Dorf gut kennt? Soll ich mich da nicht mal umhören? Ja, das ist sehr gut. Vielleicht hat irgendjemand noch was gesehen oder gehört. Und vergiss die Holzarbeiter nicht. Ja, in Ordnung. Sind Sie weitergekommen, Herr Kommissar? Nein, noch nicht. Und Sie haben auch keine Vermutungen? Ach doch, die habe ich. Wollen Sie sich nicht setzen? Dankeschön. Wenn ich alle Umstände berücksichtige, dann bleibt mir nach allen Erfahrungen nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass einer von Ihnen der Täter ist. Einer von uns? Alles spricht dafür. Das Gewehr gehört Ihnen. Sie wissen, wo der Schlüssel des Gewehrschranks ist, wo die Patronen sind. Der Täter hat also nicht lange suchen müssen. Er kannte die Verhältnisse. Erscheint Ihnen das nicht selber logisch? Wir haben ein Alibi. Ja. Jeder zeugt für den anderen. Ist dieses Zeugnis nichts wert? Wir haben jedenfalls ein Alibi. Hat der Barik eines? Nein, Herr Barik hat kein Alibi. Und doch kommen Sie ja her und sagen, der Mörder kann nur einer von uns sein. Halten Sie Herrn Barik für den Mörder. Konnte er sagen, wo er gegen halb eins war? Und hat er einen Zeugen dafür? Nein, er sagt, er hat keinen Menschen gesehen, also hat auch ihn keiner gesehen. sehr bequem. Von Schenk, warum sollte Herr Barik seinen Chef, Paul Schenk, erschießen? Sie kennen die Verhältnisse in der Firma nicht. Ich arbeite dort. Ich kenne die Verhältnisse sehr genau. Mein Onkel war, ich sagte es Ihnen ja schon, ein sehr unangenehmer Chef, der seine Angestellten sehr schlecht behandelte. Er hat eine große Begabung, lehren sie zu schikanieren. Er hat in der Firma nicht einen einzigen Freund. nicht mal seine Nichte. Nein, nach mich nicht. Und ganz sicher nicht Herrn Barik. Das stimmt, was ich sage. Na ja, ja, Sie hat recht. Ich habe meinen Bruder selber mal gesagt, das ist keine Firma, die du da hast, das ist eine Galerie. Herr Wink. Ja, schön. Und mein Herr Barik. Nun Frau Schenk, was sagen Sie dazu? Wozu? Was soll ich sagen? Na, wie er die Firma geführt hat. Ihr habt es doch eben gesagt, dass er keine Freunde hatte. Nein, die hatte er nicht. Nein. Herr Barik. Ja, bitte. Der Kommissar möchte Sie nochmal sprechen. Ja, sofort. Entschuldigen Sie, ich habe mich nur schnell umgezogen. Meine Frau, meine Kinder. Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Frau, mit meinen Kindern, vom Dorf aus, von der Post aus. Ich meine, ich bezahle die Gespräche. Haben Sie heute auch telefoniert? Nein, heute nicht. Chef, entschuldigen Sie, Herr Barik. Darf ich Sie noch einmal fragen, Herr Barik? Wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Paul Schenk? Es war, es war gut. Gut, Herr Barik? Ja. Sie können doch nicht sagen, gut. Wieso nicht, Freund Schenk? Weil es nicht gut war. Sagen Sie es doch, er hielt sehr wenig von Ihnen. Machte er diese Meinung Ihnen gegenüber zum Ausdruck? Ja, es war sehr schwer, es ihm recht zu machen. Mein Onkel hielt Herrn Barik für einen sehr schlechten Buchhalter und er traut ihm nicht über den Weg. Aber nun seien Sie noch einmal ehrlich, Herr Barik. Wie hat er Sie behandelt? Nicht sehr gut. Das ist richtig. Ich sage dir mal zu meinem Onkel, sag mal, hast du eigentlich nicht Angst, dass sich nicht eines Tages einer deiner Leute umbringen wird? Ja. Glauben Sie denn, dass ich, ich soll, wie, wie, wie kommen Sie denn darauf? Warum ich? Herr Schenk, Frau Schenk, Frau Schenk, ich kann doch gar nicht mit einem Gewehr umgehen. Können Sie nicht. Waren Sie nie Soldat? Doch. Hat man Ihnen da das Schießen nicht beigebracht? Ja, aber das ist... Dann kann er also schießen. Und wo der Schlüssel zum Gewehrschrank liegt, das wissen Sie doch auch. Wissen Sie, wo der Schlüssel liegt? Ich habe es ihm gezeigt. Warum haben Sie das getan? Weil er sich für die Gewehre interessiert hat. Natürlich. Ich selber habe die Gewehre für ihn herausgenommen. Wir sind auf den Hof gegangen. Auf den Hof? Ich war nicht auf dem Hof. Ach, lügen Sie doch nicht, Herr Barik. Ich selber habe Ihnen doch gezeigt, wie diese Dinger funktionieren. Warst du denn nicht dabei? Ich? Wieso? Nein! Nein, das stimmt doch nicht. Warum sagen Sie das, Herr Schenk? Warum tun Sie das? Ich gebe der Polizei nur Anhaltspunkte. Herr Schenk! Ich kann mir nicht helfen. Ich sehe da einen Widerspruch. Schließlich wurde Herr Barik ja von Herrn Paul Schenk hierher zur Erholung geschickt. Das ist kein Widerspruch. Mein Onkel sagte zu mir, Barik soll seinen Schreibtisch freimachen. Ich schicke ihn für eine Woche weg, dann kann ich mir überlegen, was ich mit ihm tue. Herr Barik, hatten Sie Angst, entlassen zu werden? Man musste immer damit rechnen. Ich habe... Jeden Tag habe ich damit gerechnet. Und wenn man eine Familie hat, in meinem Alter... Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Ja, ja, bitte. Ja, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Danke. 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 Aber Chef, die belasten Barik doch mit voller Absicht. Die wollen ihn ganz primitiv reinlegen. Scheint so. Nur hat er keinen Ali. Die anderen haben eins. Herr Barik! Herr Barik! Herr Barik, machen Sie doch auf! Aber lass ihn! Sprich nicht mit ihm! Bitte! Es läuft doch alles gut. Es sind doch alles Indizien, die gegen ihn sprechen. Wir liefern doch nur die Indizien. Wirklich? Mama, ich tue doch beinert wegen. Beinert wegen. Bist du aufgewacht, Sabine? Hast du ausgeschlafen? Ja, Chef, ich habe etwas Neues. Ja, Sie hatten richtig vermutet. Einer der Waldarbeiter soll den Schuss gehört haben. Er war in der Nähe des Jagdhauses. Nein, ich habe den Mann noch nicht, aber ich warte hier auf ihn. Ja, natürlich bringe ich ihn sofort mit. Ja, und vielleicht hat er jemanden gesehen und vielleicht haben die Schenks dann keinen Ali wie mehr. Walter hat vielleicht einen Zeugen. Jagdhaus Schenk. Ja, sprich ruhig weiter, Robert. Paul Schenk scheint ein Verhältnis mit seiner Schwägerin gehabt zu haben. Seine Sekretärin hat mir erzählt, dass er ins Jagdhaus gefahren ist. Und jetzt halten Sie sich fest, Jeff, um seinen Bruder zur Scheidung zu überreden. In Hamburg? Ja? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege. Danke, Robert. Herr Schenk. Sind Sie noch ein Apparat? Ja. Ich dachte, das war für mich. Ja, das war es ja auch irgendwie. Aber kommen Sie doch herunter. Wir müssen ja nicht miteinander telefonieren. Herr Schenk hatte ein Verhältnis mit seiner Schwägerin und ist überhaupt nur deshalb hierher gekommen, um mit seinem Bruder zu sprechen. Das ist natürlich ein Bombechef. Ja, kommen Sie doch rein. Entschuldigen Sie, dass ich eben in Ihrer Leitung war, aber ich hatte nicht die Absicht. Ich habe noch gar nicht mit Ihrer Tochter gesprochen. Ihre Tochter Sabine, Herr Schenk. Ich sagte Ihnen doch schon, meine Tochter Sabine ist viel später gekommen, als die Polizei längst hier war. Wie lange braucht man aus der Stadt bis hierher mit einem Mofa? Das kommt drauf an. Warum fragen Sie? Wie alt ist Ihre Tochter? 17. 17. Dann geht sie noch in die Schule. Ja. War sie in der Schule? Ja, sicherlich. Da braucht sie doch nur eine halbe Stunde hierher. War die Schule aus, als Ihre Tochter losfuhr oder hatte sie einen bestimmten Grund, etwa denselben, den Ihr Bruder veranlasst hat? Sie werden doch diesem blöden Klatsch nicht glauben. In einem Betrieb, da gibt es doch immer Reedereien. Wo ist Ihre Tochter jetzt? Sie kann Ihnen ganz bestimmt nichts sagen, Herr Kommissar. Aber, bitte, Sie kommen herauf. Sie wird Sabine Fragen stellen. Du darfst jetzt keinen Fehler machen, Sabine. Sie wohnt hier oben. Das ist das Zimmer von Herrn Barek. Herr Barek? Ja, wo ist denn Herr Barek? Keine Ahnung. Wissen Sie nicht, woher ist Herr Schenk? Vielleicht ist er im Moment mal rausgegangen. Herr, dazu riegen bitte, Herr. Herr Barek! Komisch, er hat doch gesagt, er bleibt auf seinem Zimmer. Aber hier irgendwo liegt man? Ja, bei selbstverständlich. Schnell, kommen Sie. Na ja. Um Gottes Willen. Kommen Sie. Um Gottes Willen. Schnell. Schnell, kommen Sie. Oh Gott. Er hat sich erhängt. Er hat sich aufgehängt. Aja! 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 Iva! Hilder! Ich habe ein Zigarät! Oh Gott! Vielleicht sollte man... Das hat keinen Zweck. Er ist tot. Barek? Ja. Er hat sich da in der Scheune erhängt. Das ist Herr Buchinger, Chef. Der Waldarbeiter, von dem ich gesprochen habe. Herr Buchinger ist heute Mittag um halb eins hier vorbei gekommen und hat einen Schuss gehört. Der Schuss ist da im Haus gefallen und dann kam jemand rausgerannt und lief in den Wald. Können Sie uns denjenigen zeigen, der aus dem Haus kam? War es der? Ja, der war es. Er hat ein Geständnis abgelegt. Ich bin... Ich bin heute Mittag früher als sonst bei meinem Spaziergang zurückgekommen. Es war niemand im Hause. Ich habe mich hingelegt, um zu schlafen. Da hörte ich einen Wagen vorfahren. Ich ging zum Fenster. Und sah, dass Paul Schenk gekommen war. Ich wollte ihm nicht begegnen. Ich wusste, warum er mich ins Jagdhaus geschickt hatte. Damit er in aller Ruhe meine Bücher prüfen kann. Etwas später hörte ich, dass noch jemand kam. Sabine Schenk war mit dem Mofa gekommen. Sabine Schenk war mit dem Mofa gekommen. Ich sag, ihr legt das Gewehr. Nein, du fährst zurück auf der Stelle. Ich will, dass du zurückfährst oder ich drücke ab. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Frau Kritt verspreche, bis zum Schenk zu machen, Mach, dass du rauskommst. Mhm. Ach, Sie bei. Packen Sie Ihre Sachen. Sie sind entlassen, ab sofort. Und lassen Sie sich ja keine Tricks einfallen. Ich bin Ihnen auf alles gekommen. Und lassen Sie sich ja keine Tricks einfallen. Ich kann nicht beschreiben, was in mir vorging. Ich dachte an meine Frau, an meine Kinder. Ich war am Ende. Ich habe es jedenfalls getan. Und ich habe gedacht, es ist einer von euch gewesen. Wir wollen uns nur verabschieden. Es kann uns doch niemand einen Vorwurf machen. Wir haben doch recht gehabt. Wir wollen uns nur verabschieden. Wir wollen uns doch nicht. 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 Vielen Dank.